Das erzählt er, und das könnt ihr im YouTube nachdenken, heute im YouTube ist alles, ne? Und da gibt es ein sehr schönes Dokumentar nochmal von Fabre im YouTube, La Retour du Gringo, der kommt zurück Jahre später nach La Paz, und erzählt diese Anekdote. Dieses Lied habe ich nur einmal in meinem Leben gespielt, und das haben sie eben für mich komponiert, nur um mich das Leben schwer zu machen. Auf Spanisch heißt es, Esto no solamente leuchte el Dominguez para que déjame. Das ist ein sehr schönes Dokumentar, und das ist ein sehr schönes Dokumentar. Das ist ein sehr schönes Dokumentar, und das ist ein sehr schönes Dokumentar der Stadt. 1, 2, 3, 2, 1 Musik 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 Musik